Ich bin Tranquillo Banetta, ich war Profi Fussballer. Ich bin Tansila Köhler und ich fahre das Seinfahrt. Und dann haben wir so ein Gruppenset, wo wir dich als Profil bieten. Nein! Ich bin Jan van Berkel, ich bin Profi Triathlet. Ich bin Patrick und ich bin Lichtathlet. Hey Patrick, wie geht's? Hey, ciao Jan! Gut, danke dir. Du bist ein Zweifel. Ja, ja. Hast du einen guten Arbeitstag heute? Ja, ich hatte heute frei. Ja, was? Du hast aber trainiert. Nein, äh... Auch nicht trainiert? Freit kam und nicht trainiert. Ich heisse Florinka Wietzel, bin Musiker und Kabarettist. Ich bin Carina Negli und schwimmen, Schneeschauen laufen und Velo fahren. Ich spiele noch Musik. Musik? Ja, Musik spielen. Dann haben wir schon wieder ein gemeinsames Hobby. Ja, hallo. Ich bin Nino Schotter und Mountainbiker. Mein Name ist Nino Pfister. Ich spiele Uni-Hockey, Nordic-Walken und Schwimmen. Was gibt dir den Antrieb für diese Special Olympic Games? Dass man fröhlich und glücklich trainieren kann. Dass man ins Training geht und glücklich ist und Freude daran hat. Ich bin Urs Martin, ich bin Stadtpräsident von Stadt Chur. Ich bin Sven Derungs und spiele Uni-Hockey in Chur. Ja, ich trinke vielleicht fast zu viel Kaffee pro Tag. Also ich glaube auch. Aber schlafen kann ich trotzdem. Ich bin Florina Martin und ich bin Uni-Hockey-Spielerin. Ich bin Stefano Saladino und spiele Uni-Hockey im VTV Chur. Ich bin Fan von einer Verteidigerin. Wer ist denn das? Und dann bist du.